Hallo Dino, wie geht es dir? Dino, hast du Lust, Achterbahn zu fahren und Formen zu lernen? Großartig! Na dann, eins, zwei, drei, los geht's! Kreis Viereck Dreieck Diamant Rechteck Stern Das hat viel Spaß gemacht, Dino. Wir haben so viele Formen gelernt. Lass sie uns wiederholen. Kreis Viereck Dreieck Diamant Rechteck Stern Dino, hast du Lust, noch eine Runde zu fahren und Zahlen zu lernen? Fantastisch! Auf geht's! Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs Das hat so viel Spaß gemacht, Dino. Und du hast so viele Zahlen gelernt. Lass sie uns wiederholen. Eins Zwei Drei 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 durchbrechen und formen zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Kreis 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 Racer derecho Quadrat. Stern. Dreieck. Rechteck. Gut gemacht, Dino. Du hast heute so viele Wände zerstört und so viele Formen gelernt. Lass sie uns wiederholen. Kreis. Diamant. Quadrat. Stern. Dreieck. Rechteck. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Ethan, hast du Lust, mit uns Farben zu lernen und mit einem Katapult zu schießen? Aha. Dann fangen wir an. Oh. Aha. Aha. Gelb. Jahi. Oh. Aha. Rosa O Ah Grün O Daneben. Versuch es gleich nochmal, Ethan. O-O Rot Orange O Blau O O Ah Lila Gut gemacht, Ethan. Du hast heute gelernt, wie man ein Katapult benutzt. Und Farben haben wir auch gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Aha Gelb Rosa Grün Rot Orange Blau Lila Bis bald, Freunde! De B B B B B B Untertitelung des ZDF für funk, 2017